Der Prophet Aleyhisthatsum hat den Engel Jibril in seiner Engelsform zweimal gesehen. Und Engel sind aus Licht erschaffen. Deswegen kann man den Engel, wir haben nicht die Fähigkeit, einen Engel in seiner Engelform zu sehen. Aber wir haben Beweise aus der Sunna und aus dem Koran, dass Engel in Menschengestalt gesehen werden können. In Menschengestalt. Manche haben so Videos geschickt, da sind Licht gestalten, die über der Karre, die umherum. Bruder, die Leute posten immer, posten immer, schicken immer Sachen, haben irgendwas gesehen, brauchen das für ihren Iman. Die haben auch immer irgendwo den Namen Allahs geschrieben, gesehen und so weiter und so fort. Leute, wir haben so viele Beweise im Koran und Sunna. Wir haben so viele Beweise im Koran und Sunna für die Wahrheit dieser Religion. Wir brauchen nicht irgendeinen Hokus Pokus und wir brauchen auch nicht irgendwelche Sachen zu erfinden, die gar nicht stimmen. Wir haben so viele Beweise im Koran und so weiter 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 und so weiter. wir haben so viele Beweise im Koran und so weiter 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 und so weiter. Vielen Dank.